Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich Motoröl beim Auto selber richtig absaugen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, diese Methode sollte man wirklich nur anwenden, weil man zu viel Öl nachgefüllt hat und jetzt den Ölstand wieder etwas senken möchte. Wenn du einen Ölwechsel damit durchführen möchtest, kann ich dir das eher nicht empfehlen, da man hier das Öl wirklich lieber ablassen sollte, um einfach Restöl und vor allem auch unschöne Ablagerung in der Ölwanne zu vermeiden. Mein Motor ist jetzt bereits auf Betriebstemperatur, nachdem ich jetzt den Ölstand hier nach 5 Minuten auf ebener Fläche mal kontrolliert habe, können wir gut erkennen, dass der Ölstand hier etwas übermaximal ist, deswegen müssen wir natürlich auf jeden Fall etwas Öl absaugen. Zwischen Min und Max passt normalerweise je nach Fahrzeugtyp auch ungefähr 0,5 bis 1 Liter Motoröl, weswegen ich in meinem Fall jetzt mal 0,5 Liter absaugen möchte. Hierfür verwende ich jetzt eine spezielle Ölabsaugpumpe, welche manuell funktioniert, die gibt es übrigens auch noch elektrisch und an diese habe ich auch nochmal so einen etwas kleineren Schlauch jetzt da dran gemacht, damit ich danach einfach hier vorne in meinen Ölstutzen einmal schön hineinkomme. Als nächstes habe ich meinen Ölmessstab hier schon mal rausgezogen, dass ich mit dem Schlauch jetzt ganz einfach hier vorne hineingehen kann. Man sollte wirklich relativ tief hineingehen, um auch wirklich schön in die Ölwanne hinunter zu kommen und wie gesagt, es ist auch wichtig, dass mein Motor auf jeden Fall auf Betriebstemperatur sein sollte, damit das Öl jetzt etwas flüssiger wird und somit auch leichter zum Abpumpen ist. Jetzt kann ich auch mal mit dem Ölabpumpen beginnen und sobald das Öl jetzt natürlich auch schon in meine Pumpe hineingelangt, muss ich hier vorne auf jeden Fall mal noch meine entsprechende Markierung beachten, damit ich auch wirklich nur 0,5 Liter jetzt abpumpe. Sobald meine 0,5 Liter Markierung erreicht ist, kann ich meinen Schlauch hier vorne einmal abknicken mit diesem speziellen Teil hier oder natürlich auch per Hand, damit hier einfach nicht noch mehr Öl ablaufen kann. Im nächsten Schritt muss ich mal hier noch meine Verschraubung öffnen, dann kann ich den oberen Teil auch schon so leicht wegknicken, dass sich einfach der Unterdruck löst und ich kann mal hier meinen Schlauch wieder aufmachen, damit jetzt einfach das restliche Öl hier aus meinem Schlauch noch wieder in die Ölwanne hinunter gelangt. Wenn auch das passt, kann ich mal den Schlauch langsam herausziehen, gleichzeitig mache ich ihn hier außen noch mit einem sauberen Tuch gleich wieder etwas sauber. Und danach mache ich meinen Ölmessstab mal hier vorne noch mit einem fusselfreien Tuch wieder sauber, kann ihn danach hier in meinen Stutzen hineingeben, bis das Ganze klickt und sobald ich es wieder rausziehe, kann ich jetzt nämlich auch schon den erneuten Ölstand kontrollieren. Bei mir ist der aktuelle Ölstand jetzt etwas über der Hälfte, so wie es normalerweise auch sein sollte und falls hier natürlich immer noch etwas zu viel drin ist, dann erneut abpumpen. Und somit haben wir jetzt dann auch schon bei unserem Auto das Motoröl richtig abgesaugt, was wir natürlich danach auch fachgerecht entsorgen können. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine Ölabsaugpumpe hier entweder manuell oder auch elektrisch oder so eine Verlängerungsschlauch zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.